Jetzt machen die Tiere ihre eigenen Laute. Hier stelle ich dir alle Tiere vor. Wenn das Wasser verschwindet und wiederkommt, nennt man das Ebbe und Flut. Es ist so schön am Wasser zu sitzen und die Beine baumeln zu lassen. Wenn du dir beim Springen die Nase zuhältst, kommt kein Wasser hinein. Unter den Sonnenschirm ist es schön schattig. Die Flunder ist ein ganz platter Fisch, der auf dem Meeresgrund lebt. Das sind Mantarochen. Es sieht aus, als könnten sie im Wasser fliegen. Haie haben sehr gefährliche Zähne. Oh, was ist das? Ein Riesenkalmar. Tschüss. Schieß, Schieß, Schieß. Schieß, 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 Schieß. Vielen Dank.